Let's Battle Mothermont vs. Westas War noch mal der Schießknopf. Willkommen zurück zu Let's Battle Worms Revolution. Das hatten wir zwar noch nicht, aber willkommen zurück. Nein, es ist Worms mit einem anderen Titel. Revolution! Viva la revolutione, sei der Franzose. Ach ne. Ne, 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 ich drücke einfach auf bereit. Wui, wui. Packet, wui, wui. So. Ne, ne. Hä? Egal. Was denn? Nix. Okay. Wir nehmen mal so einen Bauernhof hier. Bauernhof. Bauernhof. Ich dachte hier Tod, Zerstörung, Lava und sowas. Das sieht zwar nicht wie Bauernhof aus. Ich weiß nicht, hier gibt es keine Tod, Zerstörung und sowas. Nicht? Ne. Du hast so nur zwei Sachen gezeigt. Bauernhof und irgendwie Gruftis. Kanalisation, Strand, Gruselgarten und Baum. Ja. Da ist nicht viel. Ne. Da hab ich gedacht, vielleicht machen wir einen netten Strandurlaub. Sing Hawaii Lieder. Nein. Du tanzt in, in, ne, Palmrock und, äh, Kokosnuss BH. Ich. Ich. Ja, das ist bestimmt. Ich glaube es hat. So weit kommst du noch. Ich? Nein. Hatte ich jetzt gedacht. Du sollst nicht denken. Nicht? Nein. Immer noch nicht. Weil, denken ist voll doof. Ich will aber. Nein. Das macht Spaß. Du weißt gar nicht, was Spaß macht. Da kommt unten zwei rum. Du tötest dich selbst, wenn du Pech hast. Jaaaa, sieht gut aus. Excellent start. Like a Mammut. Jaaaa, ist mal wieder typisch ich, ne? Wie geht das Spiel eigentlich noch? Schlagen, treten, springen. Jo. Das ging super daneben. Würde ich mal behaupten. Irgendwie ja. Ich hab eigentlich gedacht, ich treff dich damit. Du sollst nicht denken. Ist halt nicht, ja, sagtest du bereits. Außerdem ist es halt nicht Revolution. Überlass das denken den Pferden. Die haben einen größeren Kopf. Reloaded. Da wollte ich hin. Ach, der bin ich. Aha, okay. Aber wie kann das dann bei dir sein? So als Mammut hast du auch einen ziemlich großen Kopf. Und was kommt bald rum? Ich hab nicht gesagt, dass ich den effizient nutze. Ja, aber so gar nicht? Ja doch, das geht eigentlich ziemlich gut. Verdammt. Ich hasse es. Löst es wenigstens aus. Sehr elegant. Wie ein Elefant? Ja, ja. Okay. Du bist wie im Porzellanladen. Wie im Glashaus. Oder so. Was du haben willst, suchst du dir aus. Problem ist, ich weiß schon wieder so überhaupt nicht. Wo bist du denn? Bin ich. Der da oben. Ah. Okay. Der da. ein Kraken. Ein Kraketen. Ein Jetpack. Luftangriff. Jetzt kommt's. Jetzt holt ihr die Wasserbombe raus. Ach, das ist eine Wasserbombe. Ja, was dachtest du denn? Ehrlich zu sein, wusste ich das noch nicht. Steht doch dran. Lesen ist nicht so deine Stärke, ne? Generell gerade zu wissen, was ich hier mache. Im Moment stehst du da einfach nur rum. Ruhe. Konzentrieren. Jetzt nehmen wir wieder die Standardwaffe. Schießen und wir treffen nix. Also bisher waren meine Züge besser, wenn ich mir jedes Mal mehr Geschaden zugefügt habe. Aber das, was du gemacht hast, war einfach nur Scheiße. Bis jetzt habe ich zwei Züge und nichts ist passiert. Also ich mache den Kaperdor. Ich, ne? Musst du doch eine Chance lassen. Ja, genau. Außerdem habe ich das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich bin echt lang her. Red dich nicht raus. Doch, warte. Wo ist springen, verdammt? Wieso ist das Springen nicht auf Enter? Ist es nicht? Oh, ich nehme eine Kontrolle hier in die Hand. Das ist doch nicht wahr. Spring ist doch auf Enter. Normalerweise war es bei Worms... Jetzt hätte ich fast gesagt World Party, aber es ist ja reloaded. Immer springen auf Enter. Ja, aber hier ist doch springen auch auf Enter. Ne, es hat nicht funktioniert. Hier ist gar nicht springen auf Enter. Okay. Das war sonst meine ich auch immer springen auf Enter hier. Eigentlich war die Steuerung immer komplett identisch. Bin ich zur Missmeinung. Aber hey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Kannst du das Heut nehmen? Ja. Unschädig wie eh und je. Ich glaube, das krieg nur ich besser hin. 1-1. Könnte man so ausdrücken? Ich wusste, ich wusste, dass er ausgleicht. Weiße, ist alles, ne? Alles blöd. Alles kacke, alles Mist. Ja, ist wirklich. Hast du diesen Skillshot gesehen? Ja. Du kannst ihn gar nicht glauben. Doch, aber mir war das erste Let's Battle, was wir uns ausgedacht hatten, lieber. Du meinst das, dass er die Welt niemals gesehen hat, weil irgendwie alles abgestürzt ist? Genau. Äh. Äh. Maulwurf. Aha. Ja. Wie ist jetzt springen? Ich hab keine Ahnung. Wenn's denn nicht. Was ist denn auf dem Controller? Aha. Ach, mein Controller geht gar nicht. Okay. Ich kann nicht springen. Shift? Nö. Doch. Shift. Von mir aus. Weiß das, lernt die Steuerung. Das ist immer gut. Besonders, wenn du Let's Battle spielst. Jo, ja. Lass mich warten. Das gibt mir... Na, okay. Ich dachte jetzt, das gibt mir einen AP-Achtzug. Oder gehofft. Was machst du denn da schon wieder für Schweinereien? Ah, siehst du gleich. Ah, solche Schweinereien. Jo. Habt aber, glaub ich, nicht. Ne. Ui. Aber hey, da unten brennt's jetzt. Ja, super. Na, ist doch mal etwas. Du machst mir ja richtig Hölle heiß hier. Hä, 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 hä. Ist doch wahr. Das, ne. Oh, was jetzt? Was kommt jetzt? Luftangriff, ja. Natürlich. Das war nicht so effektiv. Nicht so richtig. Das hab ich auch schon mal besser gesehen. Glaube ich. Zeig dir jetzt, wie das geht. Wie geht denn das? Moment. Wie geht denn das? Ja, Moment. Wie geht denn das? Äh. Weil du dann in der Luft bist, nennst du das dann Luftangriff? Also ich hätt diesen Luftangriff durchaus toll gefunden. Das war ja überhaupt nicht knapp. Äh. Du hast schon, ne? Mit dem anderen Ende vom Wurm einfach schon die Wasseroberfläche berührt. Ja. Tief eingetaucht hast du die. Ich hab auch tatsächlich gedacht, dass ich das nicht überleben werde. Ne, ich hab's auch gehofft. Wie konnte man das nochmal drehen? Früher mit Y. Ne, es ist nicht Y. Dann also PP. Vielleicht Enter? Nö. Gut. Doch blöd. Das muss doch irgendwie drehbar sein. Äh. Ist es auch. Aber ich weiß nicht wie. Rausrand nicht. Nein. Do it. Do it. Nö, ich geh jetzt erstmal alle Tasten durch. Okay. So viel hast du ja nicht. Das ist immer noch nicht. Ah, okay. Welche ist es? Ha! Das wüsstest du jetzt gerne nicht haben. Ich hab ein Kontrolleiner an mir. Es ist egal. Ach so. Oh nein, das diabolische Wasser. Des Todes. Des Todes. Des Todes. Ich hab eigentlich gedacht, dass der zweite mitgespielt wird. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Wie war das mit dem Denken? Immer dasselbe mit dir. Ist doch wahr. Und? Schlimmst du jetzt bei den Fischen? Vielleicht. Okay. Machste gut. Mach nur so weiter so. Willst du schon sehen, was du davon hast? Und welches ist jetzt die Taste zum Umdrehen? Das ist, ne? Darfst du selbst rausfinden. Okay, gut. Dann ist es mir immer noch egal. Ich hab Kontrolleiner Hand. Wenn du mich besiegst, sag ich's dir. Und wenn nicht, dann nicht. Hm. Du solltest es drehen, genau. Das bringt eh nicht so viel. Das bringt gar nichts. Na ja, zumindest sind es nur unter Wasser. Der eine. Yay? Und kriegst pro Runde 5 Damage. Halleluja, Bruder. Komm mir nicht so, ja? Nicht? Dann wär ich allergisch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Ich hab gedacht, die fallen irgendwie mehr. Wahrscheinlich hätte ich... Nur mal dein Denken heute. Ist ja furchtbar. Ich bleib jetzt dabei, dass mir das jetzt auch nicht von dir kaputt reden. Das Denken? Ja. Okay. Mach das jetzt einfach. Ja, ist okay. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Hm. Irgendwas. Reicht nicht. Nee, reicht tatsächlich nicht. Aber es war knapp. Aber es reicht nicht. Aber es war knapp. Was für ein Mumpids erzählen die eigentlich schon wieder? Ich hab keine Ahnung, ich war nicht hin. Ich achte darauf, was du tust. So. Versuche darauf, taktisch zu reagieren. Klappt nicht so. Unfug. Du weißt doch, wie das läuft. Ja, 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 ja. Was mach ich denn jetzt? Mach, dass die Luft stinkt. Nee, eh nicht genug Schaden zu fügen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Spieltausch. Ah. UFO. Was das doch mal bringt. Schon gut, wenn man Ahnung vom Spiel hat. Hin und wieder. Ernst du? Mh-mh. Sag das nur so. Was ist das? Achso. Ich hab keinen Plan. Okay. Was auch immer das war. Mach das nicht nochmal. Ach, ist doch ein Geschütz. Warum auch immer, als er mich gerade gefressen hat und in die Luft geschmissen hat. Keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich hab keinen blassen Schimmer. Ich hab auch keine Ahnung vom Spiel. Man merkt es. Also ich hatte eigentlich auch gedacht, dass es ein Geschütz ist. Aber als es sich dann halt irgendwie angegriffen hat, das erste Mal, dachte ich mir, scheiße, was hast du da eigentlich hingesetzt? Oh. Ja, das könnte bestimmt noch nützlich werden. Oh, ist nicht gut. Oh, ist ja totally doomed. I'm totally doomed. Jetzt musst du nur wieder da auf diesen Punkt landen. So. Jetzt kommt's. Nein, der ist dood. Nein, nicht der Doomlord. Er ist gedoomt. Er wurde gedoomt. Offiziell gedoomt. Nein, offiziell gedoomt wirst du nur in Dota. Achso. Nice. Schwer umkämpft. Ich merke das schon. Nur um sicher zu gehen. Da gibt's kein Leben für dich. Nicht heute. Oh. Oh. Hier vier. Das ist sehr ausgeglichen. Das ist passiert, wenn man kackt, wenn man kackt und uns auf dasselbe das Spiel losschickt. Äh. Äh. Nicht gut enden. Schmeiß das Ding um. Zerdrück dich damit. Ja, irgendwie weg muss ich ja mal hier. Naja. Es tropft runter. Wie ekelhaft. Oder ja, also. Ich bitte dich. Mein Wurm spielt man Teddy. Das ist auch richtig so. Weiß gerade nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Irgendwas von wegen Tod und Verderben. Ah. Oh. Wow. Hast du ja mal getroffen. Wow. Was ist da los? Hey. Bin ich ein gewisser anderer Spieler? Achso. Oh, Sudden Death schon. Alle 1 AP oder einfach nur das Wasser steigt. Ich glaube, Wasser steigt. Er spielt mit einem Teddy. Er wirft sogar den Teddy. Oh Gott. Kommt jetzt. Das ist ja, was du auch gemacht hast. Weil ich ultra lame bin. Achso. Ich treffe nicht damit. Doch, bestimmt. Er ist flieging. Er ist doomed. Totally doomed. Und jetzt kommt's. Was macht er jetzt? Was hat er schon wieder für einen verpieden Plan ausgeheckt? Ich hab keine Ahnung. Du mich auch. Nichts. Nichts, wo ich jetzt großartiges machen kann. Ich komm da gar nicht richtig an dich ran, merk ich. Immer merkst du's. Ah ja. Schon schwer genug. Egal. Ich probier's trotzdem. Mal gucken, wie weit die kommen. Nein. Was? Sie kommt tatsächlich bis unten durch. Kenn ich jetzt nicht genau. Okay. Das Wasser steigt nicht, sondern die Landschaft ruft ab. Okay. Gut zu wissen. So. Was nehm ich denn jetzt? Nee, da. So was nehm ich mal. Sneaky. Totally sneaky. Wird dir aber nicht helfen. Das hab ich befürchtet. Hm. Das ist Geld. Ninja-Sei-Action, die nicht funktioniert. Die ist scheiße. Nee, sie ist hier. Simonson, yay. 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 Lande auf dem Medikin. Und versink damit. Das Ganze aufbauen, wenn ich es hochkomme, das Medikin nehme und zum Schluss erseufte ab. Das kann nur ich. Ach Gott, das ist nicht wahr. Das ist einfach ein neuer Move. Das ist ein taktischer Move, um dich zu verunsichern, damit ich Tisch danach fertig machen kann. Halleluja, Bruder. Ja, du überlebst den Scheiß noch zumindest. Dass du halt auf Land bist. Das haut mich ja voll aus den Socken. Nein. Nein. Ich drück immer auf Start hier. Ist ja furchtbar. Nein. Hallo, warum hört das denn auf einmal einfach auf? Geht's noch? Ich raste auf. GG. GG. Das ist ein phänomenales Ende. Alle haben damit gerechnet. Ja, doch. Auch ich. Obwohl, als ich dann die ersten zwei Runden nichts bekommen habe und mich selbst gekillt habe, dachte ich, naja, vielleicht wird's etwas eng. Dafür hab ich den meisten Gegnerschaden, ja? Du hast den meisten Freundschaden, du hast die immer am meisten zugefügt. Wenn du deine Leute ja auch selbst abmurkst, muss ich ja irgendwas machen. Ja, theoretisch. Praktisch, nein. Nein. Wie war das jetzt mit dem Denken? Du hast das Denken im Pferd, die haben einen größeren Kopf. Ja, aber es hat mich zum Sieg geführt. Bist du ein Pferd? Vielleicht. Hab ich Rufe? Ich weiß nicht. Hast du jetzt gewonnen, dadurch, dass du gedacht hast? Nein. Du hast dadurch gewonnen, dass ich so scheiße bin. Aber mein Denken hat dich durcheinander gebracht. Nein. Weil du immer abgelenkt warst. Nein. Weil du dir neue Spruche, Sprüche, Sprüche. Du musstest dir neue Spruche ausdenken, Alter. Nein, musst ich nicht. Ich benutze einfach jedes Mal selben Spruch, weißt du, weil die ist voll einfach, ne? Ey, kannst du nicht, ne? Ey, Alter, ey. Alter, ey! Ey, was laberst du, ey? Ey, hey! Misch in der Turm, der Turm gefällt mir nicht, ey, Alter! Ey, Alter, ey, nee, ich schuld meine Brüder! Ne? Obwohl, ich bin mammut, ich bin ausgestorben. Achso. Nix, Brüder. Nix, Brüder. Scheiße. Egal. Gut. Müssen wir zum Naturkundemuseum und deine Brüder holen. Nein, wir beenden jetzt einfach hier das Battle. Ne? Und dann klären wir das Ganze nochmal vor der Tür. So. Mit oder ohne 3er BMW? Mit meinem Fahrrad? So. Aber alt, ne? Weil ich nicht habe. Aber, nun gut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem der zukünftigen Days Battle wieder. Vielleicht zu dem Spiel, vielleicht zu dem Einlandspiel. Ich hab gehört, Warcraft 3 ist immer gut. Wollt ihr Warcraft 3? Schreibt es in die Kommentare. Bitte nicht. Quält ihn, quält ihn, quält ihn. Ruhe. So, und wir sehen uns dann im nächsten Letzt, bitte. Bis dennne. Tschüss. Warum? Warum? Warum musste der Jetpack jetzt aufgeben? Wahrscheinlich hat der Wurm schon gedacht so, ah, das Leben hat eh keinen Sinn mehr. Ach, ich schalte aber Jetpack ab, fall ins Wasser, weißt du? Und, äh, ja. Ja. Fazit ist, am besten ist es halt gewonnen. Hey, Applaus hier, Applaus da, wow, toll hast du das gemacht. Bin ganz stolz auf dich. Auf der rechten Seite, das letzte Letzt Battle, das war Frankreichhau, unten. Und sie ist Let's Play und, ja. Wir sehen uns in der nächsten Woche zum nächsten Letzt Battle. Mit mir, dem Mammut und links neben anderen Kandidaten, den ich dazu geredet habe, mit mir Letzt Battle zu machen. Na, also dann, bis denn. Bis denn, 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 bis denn Vielen Dank.